hallo liebe wanderfreunde es freut uns dass ihr wieder eingeschaltet habt sara und ich sind heute in regelsberg unterwegs und zwar gehen wir dort den premium wanderweg von waldweg diese tour hat etwa zehn kilometer und wenn ihr wissen wollt wie diese wanderung so ist dann kommt mit einen frostigen guten morgen morgen liebe wanderfreunde und es 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 Das war's für heute. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zähne Das war's für heute. noch etwa zwei kilometer dann sind wir auch schon wieder am auto die tour hat uns eigentlich gut gefallen vor allem wegen den schmalen pfaden das war richtig top es war wieder eine richtige schöne winterwanderung wenn euch dieses video gefallen hat würden wir uns über einen daumen hoch sowie über kommentare sehr freuen also bis dann tschau tschau alle machen es gut tschau tschau und bis zum nächsten mal so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020